Ich seh schon, was du vorhast. Und das halt jede Reihe praktisch. Also jetzt quasi hier noch und... Nur mal als Test jetzt. Muss jetzt nicht so sein. So, quasi. Ich hab aber gedacht eher sowas, wo man nicht runterfallen kann. Ja, da könnten wir jetzt praktisch noch so ein Geländer reinmachen. Würde ja auch noch reinpassen, oder nicht? Kann man machen, ja. Muss nicht so sein, war jetzt einfach nur ein Vorschlag. Ja, lass die mal da, lass die mal da. Schon okay. Ja, dann sieht's irgendwie stabiler aus, finde ich. Ja, ja. Ist auch so. Wenn nicht, mach's wieder weg. Ja, dann sieht's einfach. Hm. Ja, dann sieht's einfach aus. Ja, dann sieht's einfach aus. Ja, dann sieht's nochmal aus. Dann sieht's einfach aus. Ja, dann sieht's einfach aus. Dann sieht's auch aus. Ja, dann sieht's einfach aus. Jetzt noch feuchter. Also wenn du jetzt mal hier runter gehst, so im Prinzip, oder? Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Mehrere Etagen deswegen. Sieht nicht schlecht aus, ja. Jetzt bin ich hier unten jetzt noch. Ja, sieht auf... ja. Weil das ist eben blöd, weil dann kannst du hier nicht so schnell rausgehen. Wir haben halt nur einen Ausgang hier, der geht hier geradewegs so in die Richtung. Ja, okay. Wir könnten, also jetzt hier auf dem Stockpark, könnten wir auch das hier als Wand praktisch machen. Als Holzwand. So wie du meinst, mit diesen Panels. Das ist dann wieder... das ist dann wieder doof. Ja? Findest du? Ich mach das einfach runter irgendwie, dann passt das. Okay. Oder wenn wir jetzt dahinter die Panels setzen? Und diese Strips hier lassen? Dann hat das so ein Muster. War ich schon? Ich hab gedacht, ja dann kann man ja hier zwischen vielleicht einfach die Glaspanel setzen, dann haben wir so eine Mischung aus beidem. Achso, ja, dann würde ich auch gehen. Gut, zufrieden. Jemand hat kein Mitspracherecht. Ja, scheint fast so, ne? Freu dich einfach. Freu, freu! Ja, genau, freu, freu. Wow, pure Freude, wow. Unglaublich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, ich mach einfach nochmal, dann passt nur auch noch ein... Scheiß doch drauf! Boah, ihr werdet jetzt nicht glauben, ich hab ne Schmiede gefunden. Was ne Schmiede? Boah! Mit Koks. Boah, geil! Das ist was für mich. Und meine Kuh. So, dann geh ich mal jetzt zur Baum-Farm. Und, boah, 39, so unglaublich viel. Kann man das beschleunigen? Ja, ne? Äh, kann man ja. Die Baum-Farm... Und die Enderme müssten wir ausschalten. Also, zumindest, dass ich Blöcke klauen. Warum? Weil sie klauen. Ich klauen uns den Boden unter den Füßen weg. Ach so. Äh, schlafen? Gleich. Boah. Juhu! Oh, das wollte ich anders machen. Mist, was wollte ich jetzt machen? Ich weiß es nicht mehr! Hm. Ach so, ich hab ja Holz. Ach, ach, Mann. Boah, geil! Dann fängt das eben erst hier an. Resignierst du etwa? Was? Wer? Du. Was tue ich? Resignieren. Klang grad danach. Ich weiß grad nicht, was das ist. Es ist halb eins, ich... Fast aufgeben. Äh. Hm, na dann. Oh, nein! Eine Treppe! Los, auf die stille Treppe! Ach, das geht auch nicht. Was würdest du denn machen? Nein, hör mal! Warte mal, warte mal! Diese Balken hier, ne? Und? Da, ja! Aber warte, hier... Ach, ne. Die kann man nicht... ...innen hier an die Treppe ansetzen. Dann hast du hier nämlich so einen halben Block frei. So müssen wir das außen sein. Da müsste ich die Treppe irgendwie anders bauen. Oder ich müsste alles umplatzieren, dass das alles außen ist. Hm. Oder warte, ich... Notfalls könnte ich vielleicht? Ja genau, aus halben... ...dingern da, aus Slaps. Das bringt auch nichts, ich hab eher gedacht so. Ach so. Jo. Warum nicht? Gut, okay. Wär das geklärt. Merkt man gar nicht, glaub ich. Wird mehr sehen. Dann sieht's doch wieder besser aus, wenn ich das hier noch zumachen kann, hier. So. Besser. Was machst'n du da oben? Ich baue vier Blöcke hoch und die sind gerade eins zu hoch. Hm. Weil ich mal wieder runterfallen muss. Davon abgesehen... ...du machst zu viel neiser werden. Oder jetzt eben auch nicht mehr. Ich hoffe, das sieht dann gut aus am Schluss, dieser Turm hier. Hoffe ich allerdings auch. Wie ist er jetzt? Verdammt, ich will doch nicht in den Keller, Mann. Hrrrghhh. Ja, komisch Moment, wenn mein Hof will, aber trotzdem runter geht. Also... Ja. Ich wollte eigentlich nur... ...ins Erdgeschoss. Aber irgendwie bin ich dann ganz runter. Okay. Jetzt muss ich doch wieder rein ins Haus. Ah, Alter... ...was ist denn los, Herr? Wird was spät, ne? Egal. Jetzt habe ich nämlich was zu tun. Jetzt geht's gerade wieder. Und ich muss sagen, es sieht schön aus. Ehrlich? Also fast. Also noch nicht ganz. Bald. Das wird schon noch. Und wir haben keine Knochen mehr. Nein. So, das heißt, ich brauche jetzt Glas, weil ich da Glas einbauen will. Wo renn ich denn hin? Das Problem ist, mit den ganzen Balken sieht das jetzt aus, als wären das abgeschlossene Bereich hier. Im Prinzip ist die Treppe ja ein abgeschlossener Bereich. Ich weiß, ich weiß. Du hast noch Glas in deiner Kiste, oder? Hoffe ich. Ach, Scheiben. Naja, fast. Wir haben aber noch Sand. Ich habe noch 7 Sand dabei. Wir haben noch Sand, also. Achso, wir haben noch Sand. Leck. Extremely leck. Wir haben auch so viele neue Wörterchen zu machen. Denk an uns. Denk an deine Gäste. Ist ja gut. Ich gehe ja schon wieder... Ähm, Frank, wir sind nicht Gäste. Wir sind, ähm, Partner. Au. Partner? Partner. Ich wäre gern Partner. Aber ich bin nur ein Gast. Wieso? Du bist fest eingeplant, von daher. Fest eingeplant, wow. Ja. Ja, ich kann ihn nur außen dran machen. Du bist fest eingeplant, wie es halt geht. Oh, Hundi. Finger weg. Meiner. Jetzt gehört er mir. Doch, nicht ganz. Aber fast. Er gehört zur Hälfte mir. So. Wenn du weißt, welche Hälfte ich meine. Ähm. Nein. Die höchstere Hälfte. Die leckerere Hälfte. Oh, ja. Jetzt ein Hund. Ja, klar. Nein. Machst du die Hälfte. Also, ich verplank's grad Schafe. Er. Er holt Steine. Okay. Die Kuh? Sie gut. 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 Und macht sie das gut? Sie macht das sehr gut, ja. Oh, nein. Oh, nein. Und schon ein sehr interessantes Team. Ja. Einer, der ganz schlechte Wollspiel macht. Einer, der Narzisst ist. Einer, der mit seiner Kuh klebt. Was? Du isst Narzissen? Hm, lecker. Ja, ich weiß nicht. Osterglocken sind, glaub ich, gar nicht so lecker. Find ich schon. Osterglocken. Um mal den Gärtner-Part. Also, das kleine bisschen, was ich denn kenne, rauszulassen. Es gibt Blumen. So viel weiß ich. Ja, das ist so. Es gibt Blumen. Es gibt Kartoffeln. Es gibt Karotten. Und so. Ist schon sehr gewagt. Ja. Ich geh da auch wirklich aus mir heraus, muss man sagen. Boah, geh lieber wieder in die... Geh lieber wieder in dich rein. Das ist so aufregend. Ach Gott. Oh, Mann. Ich hab 14. Ich sterbe hier gleich. Wo hast du mal in die Eier her? Ja, es sieht nicht mal so schlecht aus. Nicht mal so schlecht. Vielen Dank. Nee, wirklich. Sieht nicht schlecht aus. Gut. Vielleicht ist in dem veränderten Baum ja was Schönes drin. Oder auch nicht, weil ich jetzt keinen Dingsbumser-Leiser mehr hab. Ich mein, dener-Leiser hab ich jetzt schon noch, aber den... Einen Dingsbumser-Leiser. Ja. Ja. Dass du einen Bumser-Leiser brauchst, brauch ich bei dir auch. Für deine Kuh. Oh, 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 ganz bitter. Was? Hm. So viel dazu. Du weißt doch, da gibt's noch mehr. Ja, ja, ja. Wir brauchen noch einen Tintensack, dann können wir uns einen Aid machen, dann können wir auch Schluss machen. Wir können Schluss machen, wie sich das anhört. Ja, nur. Doch, wir müssten. Jetzt, wo es Spaß macht. Ja, ich sag mal so. Frank hat endlich eine Freundin. Was, du bist meine Freundin? Ich mein die Kuh. Was, du hast die Kuh aus dem Spiel. Was machst du die Kuh aus dem Spiel? Ich bin selber im Keller, also bin ich ruhig. Solange die Freundin nicht Jill heißt. Warum? Hm, nur so. Jill? Worauf spielst du an? Werde es immer früh genug erfahren. Was? Bekommen wir etwa einen weiteren Gast? Na ehrlich, wär's Jill. Egal. Niemand? Was? Sag doch. Er traut sich gern. Er sieht nicht aus wie mit nem Single. Wer ist Jill?